Servus Leute, mein Name ist RagingRaptor.de und ich begrüße euch zu einem neuen World of Tanks Video. Und zwar heute ist es ein ganz spezielles. Und zwar, ich darf euch die zwei neuen Frontlinien bzw. stehlende Jäger-Belohnungsfahrzeuge vorstellen. Einerseits das Char Futur 4, andererseits das Objekt 777 Version 2 und zu guter Letzt gucken wir nochmal ganz kurz den AE Phase 1 an. Weil dieses Video soll unter anderem dafür da sein, dass ihr euch entscheiden könnt, hey, welchen Panzer soll ich denn nehmen? Und eben, die beiden neuen Fahrzeuge sind der Char Futur 4 sowie aber auch das Objekt 777 Version 2. Nochmal ein fettes Dankeschön an Wargaming, die uns als CCs diese Fahrzeuge als Rentals zur Verfügung gestellt hat für ein paar Tage. Schlussendlich werden wir diese Fahrzeuge auch selber ergrinden und ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf, wieder ein bisschen Frontline zu spielen, gucken wie es ist mit den Änderungen und ich freue mich auch drauf, stehlende Jäger wieder zu spielen, wenn sich was verändert hat. Aber nun zum ersten Fahrzeug, dem Char Futur 4. Ich möchte jetzt wirklich einfach das vorneweg nehmen. Ich liebe den Panzer. Das Ding ist pur Pepe Love. Das Ding ist geil. Ich habe die Burask nicht gemocht. Ich habe auch von ein paar Leuten gehört, Rating Raptor to Schilling, wie du sagst, dass der Panzer nicht OP ist. Das Ding ist komplett overpowered. Aber ich komme mit der Burask überhaupt nicht zurecht. Der Char Futur hingegen. Ich liebe das Ding. Wirklich. Schon von der ersten Runde habe ich so gemerkt, das Ding fühlt sich gut an. Und wirklich, das Ding fühlt sich auch wirklich gut an. Es spielt sich wirklich, wirklich spaßig und er macht Bock für mich persönlich. Er ist komplett was Neues. Es ist ein Autoloader mit vier Schüssen im Magazin, welche 390 Alpha haben, mit 264 mm Pen, 330 mm Heat Pen, sehr, sehr guten Geschossgeschwindigkeit auf der APCR, 36 Sekunden Nachladezeit, aber mit einem 4 Sekunden Interclip. Genau. Das Fahrzeug hat 1560 Clip Potenzial. Nicht in 6 Sekunden, nicht in 8 Sekunden, sondern in 12 Sekunden. Das ist etwas, das habe ich persönlich noch nicht in World of Tanks so gesehen. Und das macht der Char Futur 4 für mich auch so einzigartig. Klar, Waffenträger auf E100 ist ja so ein Sniper-Autoloader gewesen. Aber der Char Futur macht es nochmal komplett anders mit einer genauen Kanone, mit einer guten Einzielzeit, mit gutem Gunhandling und halt schlussendlich diesen 4 Sekunden Interclip Nachladezeit. Und ich muss sagen, der Panzer fühlt sich für mich persönlich einfach ein Rundum-Sorglos-Paket an. Ihr habt nicht schlechte HP, also 1750 ist jetzt auch nicht gerade schlecht. Panzerung auf der Wanne ist eigentlich nicht vorhanden, außer auf dieser schrägen von der Oberwanne. Die ist 45 Millimeter dick. Heißt also, da kann hier und da mal was wegbouncen. Dann der Turm. Die Turmplatten, die angewinkelt sind, die sind sogar 140 Millimeter dick. Heißt also, ihr könnt hier und da mal was bouncen. Und da würde ich auch sagen, der Char Futur 4 hat auch zum Beispiel eine potenzielle HP von 2000 ungefähr, was ja nicht schlecht ist. Das ist sehr, sehr gut. Und eben die Kanone. Klar, DPM ist nicht gerade gut mit nur 1950. Aber die Genauigkeit mit 0,3 ist da. Die Einzielzeit von 2 Sekunden, beziehungsweise auf 100% sind es um die 3 Sekunden. Das ist wirklich, es harmoniert einfach wirklich sehr gut. Alles schön wie Zahnräder, die zusammenfahren, macht diesen Panzer für mich ein absolutes Highlight. Ein Panzer, den ich lange nicht mehr so viel Spielspaß hatte, muss ich sagen, echt grandios. Mobilität ist auch vorhanden mit 60 kmh Top Speed, 22,7 Pferde stecken pro Tonne, einer ordentlichen Wanderegeschwindigkeit. Und die Camo, da dieser Panzer wirklich sehr, sehr klein ist, ist auch völlig in Ordnung. Der Turm mit 380 Meter Sichtweite ist ein bisschen meh, aber da es ja ein Autoloader ist und ihr halt keinen Rammer reinpacken könnt, werdet ihr diesen Panzer höchstwahrscheinlich mit Lüftungen, mit Optiken und mit einem vertikalen Stabi fahren. Und dann kommt der mit Ration und deiner guten Crew auf 475 Meter Sichtweite, was völlig ausreichend ist, um gut mit diesem Panzer auszukommen. Ich habe gewusst von den Werten her, boah, das Ding sieht geil aus, boah, das Ding, das möchte ich gerne fahren, das sieht cool aus von den Werten her. Und ich muss sagen, vollkommen bin ich jetzt zufrieden mit dem Panzer. Ich würde sogar ein bisschen argumentieren, dass er vielleicht ein bisschen zu stark ist, wenn man weiß, was man tut. Es ist so einer dieser Panzer, der vielleicht bei schlechteren Spielern nicht gut ist, aber gute Spieler können extrem darauf kapitulieren. Oder nicht kapitulieren, das ist das falsche Wort. Einfach diese Sachen, diese Werte können gute Spieler einfach komplett rausnehmen und alles aus diesem Fahrzeug rauskitzeln, was zu rauskitzeln geht. Darum meiner Meinung nach Scharfuto 4 Highlight dieser Frontline und stell eine Jäger-Episode. Jedoch muss ich auch sagen, das ist mir meine persönliche Meinung und ich mag Medium-Panzer. Und deshalb hat das Objekt 777 Version 2 bei mir schlechter abgeschnitten. Ich komme mit diesem Panzer nicht zurecht. Ich finde irgendwie nicht die Balance zwischen, yo, das Ding ist voll geil und einfach meinem Spielstil. Von den Werten her ist das 777 völlig in Ordnung. Es hat eine 440-Alpha-Kanone mit guter Pen. Genauigkeit ist jetzt nicht so schlecht. DPM ist jetzt nicht so schlecht. 11 Sekunden ist es vielleicht einen Ticken lange für 440-Alpha. Aber hey, das ist eine Stufe 9er Heavy, nicht eine Stufe 10er. Was ja mal war. Die Panzerung ist jetzt auch nicht übertrieben schlecht. Die Mobilität ist völlig vorhanden. Sichtweite mit 380 Meter Base kann man theoretisch auch richtig hochpushen. Habe ich jetzt aber nicht getan, da es ja ein schwerer Panzer ist. Und ich mit dem ja eher im Brawl was machen werde. Und ich muss sagen, ich habe jetzt 13 Runden gespielt und ich komme mit dem nicht zurecht. Es funktioniert einfach nicht. Ich komme nicht über 2k DPG, was für mich, also DPG Damage per Game, was für mich sehr, sehr schlecht ist. Als Kontrast oder als Gegenteil dazu, Scharf-Hutter bin ich bei 3,4 DPG. Ich habe mit dem Scharf-Hutter nach 9 Runden so viel Damage per Game wie meinem Chieften. Klar, 9 Runden ist eine kleine Anzahl, auch sind 13 Runden, aber das Scharf-Hutter hat einfach so gemacht und in der ersten Runde hat er geklickt. Das 777, da muss ich noch ein bisschen testen. Soll ich ihn viel mehr wie ein T10 fahren, obwohl er langsamer ist als ein T10 und schlechtere Kanonenwerte hat als ein T10? Soll ich ihn mehr wie einen traditionellen Heavy fahren, ein bisschen mit Sidescrapen, Hold-Down stehen und so? Ich habe die Balance noch nicht gefunden. Da würde ich wirklich euch empfehlen, wenn ihr noch genauere Informationen zum 777 suchen wollt, dann sucht euch einen guten, schweren Panzerfahrer aus und fragt den doch mal. Also Dark Hills oder Skill-Foyer-Theo, die sind perfekt für das geeignet. Ich werde weiterhin das 777 noch ein bisschen fahren, jetzt dann im Stream, einfach um ein Gefühl dazu zu kriegen. Um wirklich zu sagen, yo, ich war falsch, meine Spielweise ist falsch oder es liegt tatsächlich am Panzer. Jedoch mit den Leuten, die ich jetzt geredet habe bis jetzt, nee, also mit den Leuten, die diese Panzer gefahren haben, sagen viele, sie sind nicht überrascht vom 777. Also sie müssen sagen, meh. Wirklich einfach ein meh. Und das ist auch meine Meinung zum 777. Und zu guter Letzt haben wir noch den AE Phase 1. Da möchte ich jetzt auch nochmal ganz, ganz kurz eingehen auf diesen Panzer. Sind wir ehrlich, es ist ein sehr, sehr guter Panzer. Der AE Phase 1, er hat ordentliche Mobilität, er hat einen geilen Turm, er hat eine gute Oberwanne hier und da, hat einen geilen DPM von 2700, eine gute Kanone, ein rundum sorglos schwerer Panzerpaket, meiner Meinung nach. Ihr könnt mit dem Panzer wirklich ziemlich gut Hold-Down stehen. Leute, die Super-Conquerer, Conquerer-Chiefen mögen, da wird der AE Phase 1 einfach das Nonplusultra sein. Und wenn ihr jetzt euch entscheiden müsst, würde ich persönlich auch sagen, hey, holt euch den AE Phase 1 anstatt das 777. Aber eben, das ist alles mit Vorbehalt. Ich habe das Gefühl, ich persönlich habe noch nicht die versteckte Kraft des 777 rausgekitzelt. Immer noch ein bisschen, ich muss noch das Russian Bias finden, sagen wir es mal so. Der AE Phase 1 hingegen, der ist quadratisch praktisch gut. Nee, es ist halt das rundum sorglose Paket für einen guten Hold-Down-Heavy. Die Kuppel ist im Hold-Down-Bereich sehr klein, die Mobilität ist da, die Kanonen-Genauigkeit ist da, die Kanonen-Soft-Stats sind da. Und das macht den AE Phase 1 meiner Meinung nach immer noch ein sehr, sehr solider Stufe 9er Reward-Panzer. Natürlich angemerkt, all diese Fahrzeuge haben dieses große Reparatur-Kit for free. Also man muss nichts zahlen. 20.000 Credits müsst ihr nicht zahlen, ist gratis, immer mit dabei in jeder Runde. Oder theoretisch auch nur 3.000 Credits. Aber hey, das große Rep-Kit nimmt man so sehr, 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 sehr gerne witt. Und nun nochmal ein TLDW, ein Too Long Didn't Watch. Meiner Meinung nach, ja, Schafu Tophia all the way. Wenn ich mich jetzt zwischen den beiden 777 und Schafu Tour entscheiden müsste, 100 pro Schafu Tour. Ich finde, der Spielstil des Schafu Tours, der resoniert einfach so gut mit meinem persönlichen Wünschen für einen Sniper-Medium. Er macht wirklich, wirklich Saulaune für mich persönlich. Ich werde gucken, dass ich dann heute Abend noch ein paar Runden spielen kann, on-stream mit den Panzern, damit ihr selber noch ein bisschen seht, wie das ist. Aber ja, 777 ist auch meiner Meinung nach mit dem Vergleich mit dem AE-Face One da unten, da drüben auf dem dritten Platz. Ich kann es einfach noch nicht gut sagen, wie gut der Panzer wirklich ist. Ich kriege es noch nicht so ganz hin. Werde schauen, dass ich heute den ein bisschen probiere, aggressiver zu fahren. So wie ich ein T10, ein 277 fahren würde. Aber ich bin einfach noch nicht so völlig überzeugt. Ich muss auch sagen, wie schon vorhin angemerkt, vielleicht ist das Schafu Tour ein bisschen zu stark. Wobei das 777 ein bisschen zu schwach ist. Jedoch muss ich trotzdem sagen, ich wüsste jetzt keinen Panzer, mit dem ich das 777 vergleichen könnte. Außer vielleicht mit dem T10 ein bisschen. Das 777 bringt was Einzigartiges zu sich. Es ist im Vergleich zum AE-Face One schneller unterwegs und mit höherem Alpha. Dafür aber weniger Gun Depression und weniger DPM. Da muss man sich so fragen, was bringt es denn wirklich? Ich hoffe jedoch, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen einen kurzen Einblick gegeben in diese drei neuen Fahrzeuge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen hoch. Wenn nicht, dann lasst mich wissen, was ich besser machen kann. Das geht auch um meine Hater. Wenn ihr schon die ganze Zeit Daumen runter macht, dann sagt mir, was ich falsch gemacht habe. Ich probiere weiterhin mich zu verbessern mit Aussprachen, mit Sprachtempo. Obwohl ich das Gefühl habe, dieses Mal wieder ein bisschen zu schnell geworden zu sein. Und natürlich nochmal ein Dankeschön an Wargaming, dass sie uns diese Panzer testen lassen für ein paar Tage. Finde ich eine saugeile Aktion. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr neu seid beim Kanal, dann überlegt euch ein Abo dazulassen. Und cheers Leute, man sieht sich im neuen Video. Bis zum nächsten Mal.